Verlässliche Quellen an Bord des Raumschiffs Philadelphia haben bestätigt, dass GDI-Wissenschaftler vorrangig an biologischen Waffen gegen zivile Ziele erarbeiten und einen tödlichen Virus in das... Also das ist eine Überraschung! Bitte, mach doch weiter! Der Chef der GDI-Truppen, General Solomon, soll nach jüngsten Berichten geistig nicht zurechnungsfähig... Weitere Meldungen. General Hassans schwache und unfähige Regierung wurde heute abgesetzt, durch Kräfte innerhalb der Bruderschaft, die Nord vereinen wollen unter einem neuen Führer, Anton Slavik. Er rettet vom Tod durch die göttliche Hand von Cain und freigesprochen von allen Anschuldigungen des Verrates. Er tritt nun an die Spitze, um uns zu führen. Folgt ihm und ihr folgt Cain. Zeit für das Ende von Hassan. Kairo, baut und beschützt eure Basis, dann erledigt den Möchtegern-Farao. Okay, jetzt geht's auf das Ende von Hassan zu. Wie gesagt, ich hab's ja angekündigt, das ist nur ein sehr kurzes Kapitel. Wir haben allerdings zwei Missionen, wir können uns gleich ins Finale stürzen oder noch etwas tun, um das Finale ein bisschen zu erleichtern. Wir haben von einem Kommandeur gehört, der früher Hassans loyaler Diener war, jetzt aber hier irgendwo gefangen gehalten wird. Befreit ihn und seine Leute und er wird wohl unserer Sache dienen und uns bei der Gefangennahme von Hassan helfen. Dieser Kommandeur könnte Informationen haben, die für meine, ihrer Bewegung wichtig sind. Ja, wir sollen also einen Kommandeur befreien. Das wäre diese Nebenmission, die wir machen können. Das andere wäre die Hauptmission. Und man hat's vielleicht schon geahnt oder hier mal gesehen, die Aussage vom Kabal gerade, wo er so gezögert hat am Schluss, der führt tatsächlich noch das ein oder andere im Schilde. Das werden wir aber nach der Kampagne erleben. Jetzt stürzen wir uns erstmal hier in die Befreiungsaktion, die stellenweise sehr tricky sein kann, wenn man nicht weiß, wie. So, das sind unsere Einheiten. Da müssen wir rein. Und wie ihr seht, es gibt natürlich jede Menge Lasertürme, es gibt jede Menge Verteidiger und das da... Ne, das ist nicht der Kommandant. Der Kommandant, den wir retten sollen, der ist irgendwo... Keine Ahnung, irgendwo in dem Stützpunkt. Ich weiß es nicht mehr. Man kann jetzt natürlich versuchen, mit der kleinen Truppe hier durchzubrechen, so wie ich's mal gemacht habe. Das geht allerdings in 8 von 10 Fällen schief. Glücklicherweise gibt's natürlich eine Alternative. Und die nennt sich erstmal Speichern. So, nein. Es gibt eine Alternative. Und zwar düsen wir einfach mal hier nach unten. Oh, hopp. Was ist ein GDI-Soldat? Ah, der startet jetzt den Orca-Bomber, genau. Und kümmert sich da um den Panzer. Was auch immer der Typ hier gemacht hat, ich hab keine Ahnung. Ja, wo wollt'n ihr hin? Fahrt mir bitte da unten durch und nicht oben, das ist ja wahnsinnig. Und ich würd' zu gern wissen, was hier sitzt, weil da ist so ein fettes weißes Symbol. Das ist nicht der Tunnel, das ist irgendwas anderes. Ach, und guck mal, wir haben nen Verfolger, das ist aber sehr nett. Schon unterwegs. So. Da wären wir jetzt also. Und hier dürfte theoretisch... Wird das Ding aufgedeckt oder nicht? Ja, wird es. Wir haben hier einen kleinen Außenposten, den wir einnehmen können. Hier inklusive Sammler und jede Menge Tiberium. Und damit können wir Infanteristen produzieren. Äh, wo ist denn jetzt der andere Typ? Da ist er. Dem schicken wir mal ein Begrüßungskomitee entgegen. So, kommt man hier irgendwo hoch? Ah ja, Tatsache, man kommt hier hoch. Gucke mal. Ich schau mal ganz kurz, was wir hier haben. Würde mich jetzt einfach interessieren. Hier steht so ein ziviles Gebäude. Ah, es ist so ein kleines, ja, Dorf. Kann man es Dorf nennen? Ich glaube, man kann es Dorf nennen. Was macht denn der jetzt eigentlich? Hat sich total verfranst. Ist natürlich sinnvoll, die jetzt anzugreifen. Ja, dann kriegt der Gegner halt gleich mit, dass wir da sind. Ja, das ist ja cool. Hier unten habe ich das Zeug nie erforscht oder erkundet. Bin gespannt, wo man da jetzt hinkommt. Einmal um den Stützpunkt rum. Weißt du, ich bin eigentlich schon so eine neugierige Socke, weil zu der Zeit von Command & Conquer, da war es tatsächlich so, dass die Spieleentwickler ganz gerne ein paar Gags versteckt haben. Oder einfach ein paar, ja, wie soll man sagen, sie haben halt einfach ein paar Sachen versteckt, die eigentlich mit dem Spiel an sich vielleicht nichts zu tun haben. Oder Easter Eggs haben sie versteckt. Alter, das ist eine Riesenfläche. Wozu ist die da, ja? So, halt, stopp. Ich halte mal erstmal zurück. Und dann holen wir uns die Infanterie hier drin. Hey, hier, Hilfe, zerstören Sie diese Lasten und befreien Sie uns. Ja, in den LKWs sitzen ein paar Gefangene drin. Die holen wir uns gleich. So, die Wachen werden erledigt. Okay, hier kannst du einmal außen rumlaufen. Nein, hört auf zu schießen, hört auf zu schießen. Du rennst mal da rein und holst dir gleich mal den Sammler. Alles klar. So, da hätten wir den zweiten LKW. Und da hätten wir nochmal ein paar Soldaten. Okay, jetzt sollte der Stützpunkt eigentlich soweit safe sein. Oder auch nicht. Ja, okay, der schickt Infanterie los, um uns zu attackieren. Ist mir auch neu, dass er das macht in der Mission. So, und hier gibt es natürlich einen kleinen Hintereingang. So. Da hätten wir es. Da müssen wir natürlich selber erstmal noch ran mit dem Ingenieur. Da könnten wir natürlich mal die Stromversorgung wieder ein bisschen betrübt nehmen. Ja, dass wir hier mal ein bisschen ein bisschen was sehen wieder. Und dann sollten wir vielleicht mal Verteidiger ausbilden. Ich gönne mir jetzt erstmal ein paar Soldaten, dass wir hier die Stellung halten können. Ich meine, allzu schlimm sind die Angriffe vom Gegner ja noch nicht, wie man sieht, aber nichtsdestotrotz. Muss nicht sein, dass der uns jetzt noch irgendeine böse Überraschung verpasst, der Bursche. Einheit bereit. So. Okay, äh, Gebäude sind allesamt in einem guten Zustand. Dann. Einheit bereit. Gebäude erobern. Der Kerl meint es echt ernst, ne? Produziert ja eigentlich Fahrzeuge. Einheit bereit. Also, Infanterie produziert er definitiv. Nur Fahrzeuge weiß ich grad nicht. Einheit bereit. Einheit bereit. So. Einheit bereit. Einheit bereit. Okay, der da ist fast down. Den schick ich mal damit hoch. Gebäude erobert. Wird hergestellt. Einheit bereit. So, die sollten eigentlich als Verteidiger ausreichen. Einheit bereit. Einheit bereit. Ja, da können wir noch ein paar mitnehmen. Alles klar. Alles klar. Wird hergestellt. So. Wenn uns die Kohle ausgeht, können wir auch mal die Spielgeschwindigkeit hochschrauben. Und einfach warten, bis der Sammler wieder Tiberium abgeschmissen hat. Einheit bereit. Ich glaube, ich mach das mal grad. Zu wenig Geld. Einheit bereit. So. Woll ich mal da hoch. Wird hergestellt. So. Schmeißen wir die nochmal da mit dazu. Einheit verloben. Und ein paar mehr Bazooka-Infantaristen, wenn definitiv nicht verkehrt. Wenn wir da ein bisschen Feuerkraft dabei haben, da oben. So. Dann spucken wir hier mal ordentlich Soldaten aus. Einheit verloren. Abgebraucht. Gut. Das reicht dann auch wieder mit der Zeitraffer-Erkundung hier. Halt. Einmal kurz speichern. Sicher. Sicher. Okay. Wir gönnen uns hier die Brücke. Und dann geht's los. Weiß nicht, ob es so schlau ist, mit den Fahrzeugen fortzuprashen. Aber naja. Wir haben ja hier mit Sicherheit nochmal ein paar Verteidigungsstellungen von ihm. Ja, da ist so ein Panzer. Ja, super. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Oder ist das doch der Commander, den wir befreien müssen? Ich weiß es nicht mehr. So. Ja, wie gehen wir denn vor? Verteidiger ausschalten. Produktionsgebäude ausschalten. Das ist, denke ich mal, nicht verkehrt. Oh, Lasertipp. Ach, da unten ist der. Okay. Können wir eigentlich mit dem Not-Mod das Ding angreifen? Nee, der muss zu nah ran. Alles klar. Alles klar. Was ist das eigentlich für ein Typ? Kenn ich gar nicht. So, okay. Ja, da müssen wir jetzt leider Gottes da rein und einen Laserturm fertig machen. Ja, scheiß auf das Fahrzeug gerade mal. Hauptsache, der Laserturm geht jetzt dann gleich flöten. Einheit verloren. Okay, raus, da. Raus, 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 raus. Einheit verloren. Einheit verloren. Ja, bitte. Cyborg zur Stelle. Alles klar. Alles klar. Ja, bitte. Verledigt. Oh, ach. Dann könnten wir hier eigentlich mal aufräumen. Wo ist jetzt der Typ? Da ist der Typ. Das ist der gefangene Commander. Einheit verloren. Die schicken wir jetzt mal runter. Weil nämlich hier eine Harp hier gelandet ist. Die dient quasi als Evakuierungseinheit. Ja, genau. Lauft noch zum Laserturm hin. Die sind so doof. Wir könnten uns natürlich jetzt auch hier durchkämpfen. Aber ganz ehrlich, das hier außen ist mir zehnmal lieber. So, hier können wir ein bisschen aufräumen. Beziehungsweise können wir auch nochmal Aufklärungsarbeit betreiben. Das ist ja auch wieder so eine Ecke, wo ich mich gar nicht auskenne. Weil ich nie wirklich geguckt habe, was es hier so gibt. Aber scheinbar gibt es hier nicht allzu viel. Nee, wie viel gibt es hier wirklich nicht? Einheit verloren. Ich habe mich nicht unterschwerfen, welche erledigt sind. Einheit verloren. Einheit verloren. Jetzt möchte ich aber trotzdem wissen, was da draußen Sache ist. Ihr wartet mal ganz kurz. Einheit verloren. Der ist da oben lang gelaufen. Die Laserturm haben ihn nicht erwischt. Einheit verloren. Okay, nicht schlecht. So, was ist da oben? Einheit verloren. Gibt es da irgendwas für uns? Oder ist das einfach nur eine Sackgaste, die... Einheit verloren. Keinen wirklich zu interessieren hat? Sieht fast nach letzterem aus. Ja, ja, nee, da ist nix mehr. Okay, gut. Beenden wir die Mission. Bringen wir den zum Landeplatz. Dass er hier raus kann. Ein tapferer Soldat greift hier noch die Basis an. Aber das war sie schon. Das war sie, unsere kleine Befreiungsaktion. Einsatz erfolgreich. Einheit bereit. So. Mich wundert es gerade bloß ein bisschen, weil das eine Nebenmission ist und wir jetzt hier eine Outro-Sequenz erhalten. Das ist eigentlich eher untypisch. Das gab es bei der GDI-Kampagne nicht. Zwölf Minuten und 30 Sekunden. Ja, das war ein bisschen flott. Also am Anfang gehen die Missionen noch echt flott von der Hand. So, dann würde ich sagen, auf zur finalen Mission, wo wir Hassan endgültig in den Hintern treten. So, dann würde ich sagen, auf der GDI-Kampagne nicht.